Willkommen zu einer neuen Folge Glieser.io Heute versuchen wir wieder in der Top 10 zu kommen Und mal gucken was wir schaffen Wieder unser Name ist immer Game Pro HD So, mal gucken Bitte ist es nicht wieder lag Ich will nicht wieder ein anderes Spielspiel Ja, es leckt schon ein bisschen Aber geht Oh, da wollte ich gerade Oh Gott, ha Ich bin gerade bei meinem Freund Ja, ich kann man leider nicht hören Oh, es leckt Leute Nicht schon wieder Ich habe noch gutes Internet Ja Leute, ich muss einen Cut machen Ja Also Leute, ich mache einen Cut Und bis gleich Hallo Leute, ich habe mir überlegt Dass wir Das mit dem Makro weitermachen Wäre auch nicht schlecht Ja Ich glaube schon Mal gucken Wenn wir ja dieses Mal vielleicht ja machen Aber ich bin mir nicht sicher Oh nein Hier ist Kies Kulapes 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 Ah ja, wir machen jetzt kurz noch weiter so Diamanten 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 Ja Und ich habe vorhin nicht Ich habe vorhin meine Freunde aufzunehmen Wäre auch ganz nett, oder? Ich bin schon ein bisschen Da haben wir fünf Da haben wir fünf Und da haben wir Also jetzt machen wir uns Holz Holz machen wir ja mal Äh, ah, wo sind die Steaks eigentlich? Äh, hä? Hä, Leute? Hallo? Aha Ich dachte, ich mache noch eine Oder ne, ich mache noch ein paar Ja So So, dann so So, jetzt gut Warum schon Hier das Gold mal ab So Hier noch Ja Ja, okay Gut ja ja wir haben die Zeit keinen Diamanten und Hallo Gold wäre auch nicht schlecht 4 Goldäpfel oder sowas ja da haben wir Redstone ja ich lasse einen Rats vom Stehen der will ich brauchen ja und ich habe es auch vorher gesagt wenn ich mit Freunden aufsehen soll wäre auch ganz nett und ja mal gucken ja gleich neben mir ja ich bin da ja man kann den jetzt noch mal nicht hören er spricht mein Mikrofon rein ich kann äh mit drei Freunde aufnehmen oder soll ich mit zwei Schatten in die Kommentare und ja mal gucken ja irgendwie wäre ja finde ich ja finde ich gut und ja überall Erde er ich hasse Erde Dirt 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 nicht zu lachen videos rauszubringen vielleicht mache ich auch morgen vielleicht bringt mich morgen ich verlinke euch mein Freund hier wo neben mir ist, hat auch einen Kanal ich bringe euch auch okay vielleicht nehmt ihr manchmal auf also einmal ja ich verlinke euch die in die Beschreibung überall dort nach wenn man also seinen Kanal gefällt ja ich hasse Kies Eisen ist schon mal ganz nett wir Eisenberuschen ja also nächste Folge werde ich mit meinem Freund ja und bringen die in die Tage also jeden Tag in die in der letzte Folge nach ich hab dort alles geklärt also weil ich und Leute das ist bis bald bis bald bis bald тех